Ein lineares Gleichungssystem kennen wir ja schon. Und jetzt geht es um die Lösbarkeit dieses Systems. Dabei können verschiedene Fälle auftreten. Entweder hat das lineare Gleichungssystem gar keine Lösung. Oder aber es gibt genau eine Lösung. Oder im dritten Fall gibt es unendlich viele Lösungen. Schauen wir uns einmal dieses Beispiel an. Dieses lineare Gleichungssystem ist sowohl mit seinen einzelnen Gleichungen angegeben, als auch alternativ in dieser Matrizenschreibweise. Ich verrate jetzt schon einmal vorab die Lösung dieses linearen Gleichungssystems. Dabei handelt es sich um die Werte der unbekannten x1, x2 und x3, sofern das lineare Gleichungssystem eben mit seinen einzelnen Gleichungen angegeben wurde. Oder aber es handelt sich um diesen Ergebnisvektor x, der in dieser Matrizenschreibweise vorkommt. Dass dies tatsächlich eine Lösung ist, prüfen wir jetzt einmal nach. Wir nehmen dazu die Werte für x1, x2 und x3 und setzen sie in die obigen Gleichungen ein. Dann rechnen wir aus. 3 mal 1 plus 2 mal in Klammern minus 2 minus in Klammern minus 2 ist gleich 1. Das vereinfacht ergibt am Ende 1 ist gleich 1. 2 mal 1 minus 2 mal in Klammern minus 2 plus 4 mal in Klammern minus 2 ist gleich minus 2. Das vereinfacht ergibt am Ende minus 2 ist gleich minus 2. Minus 1 plus 1 halb mal minus 2 minus in Klammern minus 2 ist gleich 0. Auch das vereinfacht ergibt am Ende 0 ist gleich 0. Wir sehen also, dass bei diesen drei Gleichungen am Ende tatsächlich überall das Gleiche herauskommt. Die Werte für x1, x2 und x3 sind also tatsächlich eine Lösung für dieses lineare Gleichungssystem. Auch in der alternativen Matrizenschreibweise lässt sich der Lösungsvektor überprüfen. Wir setzen den Lösungsvektor zunächst für den x-Vektor ein und führen dann diese Multiplikation durch. Dabei handelt es sich um die Multiplikation zweier Matrizen und herauskommt ein einzelner Vektor. Das bringt uns zu der Frage, wie war nochmal die Matrizenmultiplikation definiert? Nachlesen, wenn Sie es nicht mehr wissen. Dieser Vektor besitzt wieder drei Komponenten. Dies ist die erste Komponente, die wir noch vereinfachen können. Hier haben wir die zweite Komponente und die dritte Komponente. Auch die können wir jeweils vereinfachen. Sobald wir das getan haben, wobei wir natürlich immer die Vorzeichen beachten müssen, können wir überprüfen, dass das Ergebnis, was wir hier heraus haben, identisch ist mit dem Ergebnis, was oben auch herauskommen soll. Also ist auch dieser Lösungsvektor tatsächlich eine Lösung für dieses lineare Gleichungssystem. Für das gerade gezeigte lineare Gleichungssystem war es übrigens die einzige Lösung. Es handelt sich damit also um diesen Fall 2. Das lineare Gleichungssystem hat genau eine Lösung. Ein Beispiel für ein lineares Gleichungssystem mit keiner Lösung sehen Sie hier unten. In diesem speziellen Fall haben wir zwei Gleichungen, aber mit x1 nur eine unbekannte. Wir haben also ganz allgemein mehr Gleichungen als unbekannte. Und wenn wir in diesem speziellen Fall einmal nach x1 auflösen, dann bekommen wir für die erste Gleichung raus x1 gleich 2 Drittel und für die zweite Gleichung bekommen wir raus x1 gleich 2 Viertel. Und das ist ein Widerspruch. Das kann nicht beides gleichzeitig erfüllt sein und darum gibt es keine Lösung. An dieser Stelle sei der Hinweis gegeben, dass an der Tatsache, dass es mehr Gleichungen als unbekannte gibt, man nicht automatisch erkennen kann, dass es keine Lösung gibt. Diese Arten von Gleichungssystemen haben oftmals keine Lösung, aber nicht immer. Es gibt durchaus Beispiele für lineare Gleichungssysteme mit mehr Gleichungen als unbekannte, die lösbar sind. Schauen wir uns dieses Beispiel an. x1 gleich 1 ist die erste Gleichung und 2x1 gleich 2. Hier lässt sich die zweite Gleichung umstellen, sodass sie auch hier herauskommen. x1 gleich 1. Ich habe also durch 2 dividiert und man sieht, dass hier x1 gleich 1 die Lösung dieses linearen Gleichungssystems ist. Der dritte Fall, dass ein lineares Gleichungssystem unendlich viele Lösungen hat, kann hingegen nur dann vorkommen, wenn es weniger lineaunabhängige Gleichungen als unbekannte gibt. Auch dafür sehen wir hier ein ganz einfaches Beispiel. Dieses lineare Gleichungssystem besteht nur aus einer einzigen Gleichung, aber mit x1 und x2 haben wir zwei unbekannte. Hier gibt es unendlich viele Lösungen und zwar sehen die Lösungen alle so aus, dass das x2 von dem x1 abhängig ist. Es muss nämlich gelten, x2 ist gleich 1 minus x1. Man gibt in diesem Fall eine Lösungsmenge an und die Lösungsmenge L ist dann gleich der Menge aller x für die gilt ax gleich b. Das heißt, es geht hier um die Vektoren x, für die das lineare Gleichungssystem ax gleich b erfüllt ist. Wir haben jetzt also jeweils ein Beispiel für die drei möglichen Fälle bezüglich der Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems gesehen. Wir haben hier aber noch nicht darüber gesprochen, wie man die Lösungen eines Gleichungssystems bestimmt. Das geht beispielsweise mit Hilfe des Gauss-Verfahrens, aber das möchte ich in einem weiteren Video erläutern.